Und keine Kugel, das trinkt meinen gestellten Körper. Die prallen einfach ab. Ich kann keinen Rucksack mitnehmen. Die passen alle nicht. Nee, nix passt mehr. Immer Oberkörper frei rennst du da rum. Wo sind wir? Im Wald. Ah, nix gut eigentlich. Ach, nix gut, okay. Ich weiß nicht. Eigentlich schon gar nicht so übel. Aber der UNB-Mann muss hier klären. Muss regeln. Naja, ihr spottet, ich schieße. Weil sehen kann ich nix mit meinem weiter... Vor allem, ich hab hier dieses Scope. Also ich meine, es geht fürs Dach. Also die Typen vom Dach runterschießen, sollte kein Problem sein. Wenn du beschein kommst. Ja, das ist das Problem. Oh, ihr müsst mal jetzt irgendwie klären. Ich hab mich verlaufen. Ist jetzt nicht dein Ernst. Nein, alles gut. Ich hab hier schon verlaufen. Der Ernst ist schon weg. Wollen wir einfach durchrennen? Ja, müssen wir. Wollen wir noch ein bisschen Ausdauertank? Ja, ich guck mal ganz kurz. Wo wollt ihr? In die Häuser rein? Nee, nee, nee. Wir müssen durch. Gar nicht hier groß die Looterei anfangen. Ja gut, dann mach das mal. Ich komm gleich nach. Und der Erste geht schon zum Loot. Aber ich renne hier raus und krieg einer. Der UMP-Mann kommt dann später hinterher. Oh, Meierei. Siehst du? Hat's dich schon gelohnt. Was will ich mit Meiers Ei? Ja, was willst du noch mit? Das ist Kappa. Kappa-Kränke. Verkaufen, meine Freunde. Verkaufen. Ja, gibt bestimmt was. Vielleicht schätze ich mal so 25. Bei Therapisten. Na ja. Kannst du mal sagen. Ja, sag ich dir dann. Ich hab Meiers Eier noch nie verkauft. Ich hab sie immer in Ehren gehalten. Immer kaufen, was für eigene Eier. Weil die Arsch. Spring doch mal hier hoch, du. Was machst du denn da? Ich steh hier in der Schlange, weil er da nicht hochkommt. Weil da ein Gelenkkrüppel. Du musst Gelenkpizza aufn, Junge. Ja. Doppelherz und Gelenkpizza, dann geht das. Miene gefunden. Ja, geil. Ich weiß, wo sie waren. Das war nur eine Miene. Ja, reicht. Ich glaube, es reicht schon. Eine Miene. Irgendwas haben die an den Mienen gemacht, hab ich irgendwo mal gelesen. Hey, hier ist Extracting Point, ne? Ja, ja, ja. Mit Farrakorden und so. Oh, no. Wieso läuft eigentlich der Mann mit der Fernwaffe vorne rum? Ich verstehe das nicht. Du glaubst doch nicht, dass jetzt hier oben irgendwo einer rumeiert. Naja, türlich. Naja, dann lass mich vorgehen, Alter. Ich weiß ja nicht, wohin. Dann mach ich das. Ja, ich weiß ja nicht. So, UMT-Mann muss vor. Ja, dann. Wenn hier einer vor mir steht, hab ich schlechte Karten. Oh, was ist hier denn drin? Na, nix. Gar nix. Du wolltest uns verarschen, was? Klapp, klapp nicht mehr. Naja. Klapp nicht mehr, ja? Ja. Das glaubst du, mit wem du das zu tun hast? Mhm. Lighthouse Mains. Wo warst du ein schicken, schicken hier Level 8, Alter? Mit der kleinsten Wumme hier oben. Boah. Lighthouse wäre jetzt das erste Mal auf Lighthouse. Nee, als Käff haben wir schon mal. Ja. Der Matze sieht nichts. Na gut. Warte, ich will nochmal kurz rüber auf das andere Dach. Boah, nicht. Da stehen Bäume davor. Ich weiß doch, dass es das Dach ist. So, wenn man sich... Das MG ist frei. Sehr gut. Müssen wir hinten weiter? Oder nee, ne? Wir müssen hier runter, ne? Wir müssen jetzt... Wo sag ich denn hier? Ja, komm einfach weiter in die Richtung, wo wir gelaufen sind. Wenn du fertig bist mit deinem Pucken. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier runter müssen oder ein weiter. Das ist schon ein bisschen länger her. Ah, okay. Du hast runter vom Problem. Okay, okay. Die müssen wir hier runter? Ja. Matze? Okay, erst mal. Dann gehe ich mal vor. Wir müssen uns auch ein bisschen links halten. Boah, ich hoffe, ich vertraue auf dich, du. Also, es kann ja sein, dass jetzt... Ja, ja. Nach vorne an der Halle läuft was. Geht rein. Ja, das ist gut. Das ist was für Matze. Halle geht rein. Das ist... Ich sehe es nicht. Das wäre geil gewesen, aber ich habe es nicht gesehen. Die sind oben auf dem Dach. Oder eben Treppe, Metalltreppe, Metallstraps. Die sind drinne. Ja, kommt jetzt aus... Nee, ist stehen geblieben. Wo ist der reingegangen? Hier, ich habe in der Halle 3 hier auf eurer linken Seite. Da habe ich jemanden gehört. Die sollten nicht rauskommen. Die sollten uns eigentlich nicht interessieren. Aber wenn da bei uns drin ist und ich da rein muss... Ja. Das ist uncool. Nein, jetzt habe ich schon so einen riesen Scope, aber ist trotzdem alles neblig da drin. Wart ihr das? Nein, nein. Da drinnen geht es ab. Ich höre Treppen. Wart ihr das? Nein. Vorsichtig. Oh, Granate auf mich. Hallo. Die sind hier oben. Einer Minus. Geil. Ja, kommt noch ein zweiter. Ich komme mal runter. Da rutscht nicht rum. Hier rutscht noch einer rum. Zwei Minus. Geil. Geiler Typ, Junge. Ja. Ja, jetzt muss ich aber mir mal ganz kurz nachstecken hier. Ja. Ey, von hier links kommt noch was. Ja, ich gehört noch was. Ja, ich kann noch nicht helfen. Ich muss nachstecken. Ich habe keinen. Wolle, Kiepko. Scheiße. Jebalski, Parika. Wo ist der Idiot? Ja, hinter dir ist noch so ein grünes kleines Auto. Im Container. Ja, genau. Kleinen Truppentransporter. Mist, ich kann ja nicht flüchtig. Ist aber ein normaler Skeff. Ist ein normaler Skeff. Ja, reicht aber auch. Das reicht aber, ja. Ja, hat mir gleich den Arm geschossen. Also zwei habe ich jetzt schon. Cool. Maschine. Ja, MP5 regelt, Alter. Scheiße, wir haben keine Kohle mit. Ich glaube, ich habe 15.000 mit. Aber ich brauche selber 6.000. 37.000. Alter, ja, der Gönner, Alter. Dann können wir alle raus. Erstmal gehen wir da rein. Ich mache jetzt erstmal den Skeff. Ist der noch da? Hört ihr den noch? Ja, der ist noch da. Der ist von deinem grünen Auto noch. Links zu neben. Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er ist bei einem gelben Auto. Okay. Hat die, hat die ihn? Ich habe jetzt irgendwas im Visier drauf geschossen. Bei dem Auto, der weggelaufen ist? Ja. Ja. Gut. Ich glaube, der hat das Zeichnliche gesegnet. Ja, das war... Jetzt muss hier noch... Ich höre noch was drinne. Mhm. Man kann sich ja auch langsam vortasten. So, hier hast du den Jeep, da kannst du dich dahinter verstecken. Ich habe bloß Kack. Ich habe gerade mit dem Scope, habe ich halt echt in die Kacke gegriffen dran. Also er müsste hier irgendwo über mir sein oder hier noch irgendwo drin. Oh ja, ich habe gehört. Was, du hast ihn gehört? Ja, ja. Mutti hat eine Tür aufgemacht. Hier ist nix. Ja, oben ist er nix. Er müsste über mir oben sein. Rechts oben, ja. Ja, sag ich doch. Irgendwo hier drin. Genau, hier vorne, ja. Er ist hier drin. Ja, nee, er hat auf mich geschossen. Nee, dann raus. Weg, weg, weg. Lass uns abhauen. Ja, der hat nur eine Schrotflinte oder so. Ist egal, ich habe die Dokumente, wir können raus. Zum Auto. Oh, 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 oh. Kommt, lass uns abhauen. Ja, 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 ja. Aber er kann uns den Rücken schießen, ne, Jungs? Hier, hinterm Zaun. Genau. Was es nicht alles gibt. Blei, du kannst mir mal ein bisschen Kohle rüberreichen. Rüber wachsen lassen. Ja, ich habe Rucksack. Rüber wachsen, 5000. So, hier ist drin. Danke, geil. Also das ist, das ist die härteste Halle hier. Halt die andere, es geht es immer relativ easy so. So, aber dann auch zum Automobil. Hoffentlich ist es da. Ja, es ist da und ich bin schon fast da. Ich hole es gleich. Kannst du schon mal? Achso, naja, gut. Es dauert ja eine Minute. Naja, deswegen kann ich es ja schon mal rufen, oder? Mhm. Blei hechelt mir heiß in den Nacken. Ja. Was? Ey, du hast mir bloß 200 gegeben, Alter. Was, 5000? Nein. So? 270 habe ich. Schnell, Kohle. 5000 habe ich gegeben. Kohle. Ja. Wo? Da. Es ist weg. 5000 habe ich nicht gegeben. Es ist weg. Es ist weg. Mensch, warte mal, Rucksack. Da. Alter, ich habe es ja schon. Warte, hier war es doch gerade. Ach, Mann. War klein schnell. Wie viel 5000 will ich es noch geben? Bis es reicht. Alter. Hast du, hast du. Mein Rucksack. Mein Rucksack. So, neun Sekunden. Komm ran, Alter. Oder hat er das schon rausgenommen? Er hat es rausgenommen. Er hat es rausgenommen. Ich kann es dir wiedergeben. Aber er hat mir irgendwas erzählt, Alter. Dieser Vollidiot. Ich weiß nicht. Ich habe da unten stand irgendwas. Ich konnte der Hektik gar nicht so schnell lesen. Alter. Alter. Ich habe es ja noch 5000 gegeben. Ja, aber ich habe keinen gedacht mehr. Alter, es ist 270. Wolltest du mich abziehen? Ja, aber in so einer Situation, wo alle hektisch sind, da greifst du uns noch in die Tasse. Loot und Cola, alles meins. Ne, ich bringe es dir wieder mit rein. Ich danke dir. Ich bringe dir die 5000 plus die 270 wieder mit raus. Und du stirbst. Der stirbt. Ich habe nur einen Rogue. Der andere war ein Scum. Danke. Danke, Thomas.